Hallo allerseits, das Wochenende ist gerade vorbei und schon geht Gold hier auf die Piste, nämlich wieder nach oben. Wir sehen, dass der Schub nach oben sich schon ein bisschen hier entwickelt hat. Wir haben unser Unterstützungsniveau hier erreicht. Ich hatte das eingezeichnet, ich hatte am Wochenende ein übergeordnetes Bild dazu gemacht. Also ihr seht das Ganze hier, die Abwärtsbewegung hatte hier eine Chance für den Dreh. Offensichtlich hat er das Ganze genutzt. Das schnelle, vielleicht sehr kurzfristig orientierte Trader, die gucken vielleicht auf sowas wie einen Oszillator. Ich hatte hier jetzt meinen mal reingemacht, den Born-Oscillator, nämlich mit der Idee, dass das die Drehbewegung sozusagen initiiert nach oben. Also vielleicht ist das schon eine Frühindikation. Wir sind weit unten, wir sind im überverkauften Bereich. Das ist eigentlich ein ganz gutes Indiz. Kein Beweis, aber ein ganz gutes Indiz, dass der Kurs dreht. Ich bin ja eher einer, der auf diese komischen Verlaufsmuster immer, manch einer schmunzelt darüber, aber die starken Bewegungen und wir haben eine starke Bewegung. Das ist schon mal perfekt. Wer also unbedingt will, kann jetzt theoretisch rein oder kann sagen, na gut, dann warte ich noch auf irgendeine Bestätigung. Das könnte ja dieses Zwischenhoch sein. Für die, die es jetzt nicht sehen können, das ist das Zwischenhoch vom 19. Juli um 2.15 Uhr, also heute Nacht und lag bei ungefähr 1.817,30, zumindest jetzt mal bei mir, falls ihr leicht abweichende Preise habt, je nachdem, welche Kontrakte ihr da handelt. Aber dieses hier als eine Marke. Warum das Ganze? Na gut, wir haben gesagt, wir sind zwar recht zügig runter, es ist also nicht ganz ohne ein Risiko, aber wir haben eigentlich eine ganz gute Chance, wenn es nach oben geht, dass wir dann wieder da hochlaufen Richtung 18,60. Warum das Ganze mit 18,60? Na gut, es ist eigentlich nichts anderes als die Fortsetzung dieser Bewegung. Das war die erste Bewegung nach oben. Dann hätten wir hier das Tief. Wir unterstellen mal, das bleibt bei diesem Tief. Dann wäre die 1 zu 1 Projektion hier, das ist eben 18,60, sogar knapp drüber über diese Geschichte. Also ihr seht, das ist eine Möglichkeit, das Ganze zu traden. Die charttechnische Formation dahinter ist eine ABC runter, eine ABC hier nach oben und ein Impuls nach unten. Und für all diejenigen, die sich mit der Charttechnik ein bisschen beschäftigen, wir sagen dazu eine Flatbewegung 3,3,5. Die sieht klassischerweise so aus und kommt sehr, sehr häufig vor. Viele von euch kennen die Tabellen. Ich hoffe, ich habe sie gerade hier. Jawohl, das Ganze sieht in der Theorie mehr oder weniger so aus. Also insofern ein ganz klassisches Ding. 3 runter, 3 hoch und dann hinten nochmal steil runter. Und wenn wir mal gucken, wie häufig kommen die vor, zum Beispiel als Korrektur in einem Impuls, dann sehen wir, dass die durchaus häufig vorkommen. 33% aller Korrekturen sind so. Bei Commodity sind sie sogar noch ein bisschen höher angesiedelt. Und wenn wir die D3s noch mit dazu nehmen, die sehen fast gleich aus. Die sind nur intern ein bisschen anders, kann man sagen. Fast die Hälfte der Korrekturen sehen so aus. Und selbst wenn es nur ein Zigzag nach oben ist, also vorne einmal steil, wie wir jetzt aktuell hier drin waren und gerade jetzt hier stehen und da oben wäre die 18,60. Auch da können wir mal gucken, wie häufig sind da diese Flatbewegungen. Da sehen wir, das ist alleine auch schon so um die 40% in Kombination, 40, 50%. Das heißt, es ist eine sehr, sehr typische, eine sehr klassische Korrektur, die wir hier haben, die durchaus dafür spricht, dass wenn das die Korrektur ist, wenn das Ding jetzt fertig ist, die Bewegung, die wir im Vorfeld hatten, diese hier, dass die sich quasi nochmal anschließt und die würde uns eben Richtung 18,60 führen. Also eine sehr typische Geschichte. Wer jetzt mag, wer noch ein bisschen Feintuning machen mag, der kann zum Beispiel gucken, ob wir nach diesem Schub, den wir nach oben haben, jetzt eine wackelige Abwärtsbewegung. Das kann eine ABC sein. Bei der ABC hätte man dann eine einfache Einstiegsmöglichkeit über dem Zwischenhoch. Das kann auch mehrmals wackeln. Also das geht natürlich ebenfalls. Dann hat man das Einstiegsniveau dann eben hier. Wer sagt, das ist mir alles viel zu vage und damit kann ich nichts anfangen, dann wäre das einfach dieses Zwischenhoch, was man nehmen kann. Im Sinne von, naja, Chance, Risiko müsste dann passen. Wir können es ja einmal ganz kurz angucken unter diesem Aspekt. Also wer jetzt quasi jetzt sofort reingeht und selbst wenn man den Stopp hier unten drunter setzt unter diese Marke und das Ziel liegt hier oben, dann hat man eine 2 zu 1, sogar besser als 2 zu 1 Chance. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Machen wir das mal weg. Ihr seht 2,2 zu 1 Chance, Risikorelation. Selbst wenn man sagt, man macht den Stopp hier unten drunter. Wer den 78er Stopp bevorzugt, wie ich das ganz gerne eigentlich mache, also hier auf die 78er kommen die Zeit, nehmen wir auch nochmal schnell ein, vom tiefsten Punkt bis quasi zum Einstiegspunkt, dann ist hier die 78er Marke, dann wäre der Chance-Risiko-Verhältnis, also so machen wir das typischerweise, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis sogar 2,8 zu 1, hier ist es ein bisschen drunter unter der glatten Zahl hier, also knapp, sagen wir 2,8 bis 2,9 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Natürlich ist auch diese Idee jetzt nicht ganz, ganz, ganz sicher, dass das passiert, aber selbst wenn wir hier jeden zweiten nur ins Ziel bringen, wäre das noch in Ordnung und bei diesem Chance-Risiko-Verhältnis, selbst wenn wir jeden dritten nur ins Ziel bekämen, wäre es immer noch in Ordnung, hätten wir noch mehr Gewinn als Verlust in den einzelnen Trades und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass das eine Idee ist, die man durchaus so umsetzen kann. Also damit haben wir nicht nur einen Überblick zu dem, was ich am Wochenende im Großen gemacht habe, sondern jetzt sogar mit dem Update, was wir jetzt heute Morgen schon oder im Laufe des Tages bekommen haben beim Gold, ein kleines Update dazu nochmal, wie ein konkreter Trade hier aussehen kann. Wer im Nahkampf-Chart operieren will, der kann das Gleiche natürlich machen, nachdem dieser Rücksetzer noch war, also der Anstieg, der war schon, der ist hier mehr oder weniger senkrecht ausgefallen und dann wäre das Warten im Prinzip eine Geschichte, dass der Kurs hier in so eine Geschichte hier verfällt. Also das ist das entsprechende Bild als Korrektur hier und als Fortsetzung nach oben. Gut, ich will es dabei bewenden lassen, wollen wir gar nicht die anderen Märkte groß angucken. Die sind nämlich eigentlich nicht anders, als wir es gesagt haben. Einen ganz kurzen Blick eben da auch nochmal drauf. DAX, naja gut, was soll ich sagen? Es ist halt so, wie ich es ja vermutet habe. Gut, das ist nicht immer, wie ich es vermute, passiert es auch. Aber ein Rücksetzer eben bis auf diesen Bereich ist eben sehr, sehr typisch, ist sehr, sehr normal. Letztlich ist es auch nichts anderes, als dass wir bei Gold haben. Wir hatten vorne eine Abwärtswackelei, eine Hochwackelei, über die haben wir gesprochen, und eine scharfe Abwärtsbewegung. Und wer jetzt sagt, habe ich noch nie gesehen, der hat bei Gold eben nicht hingeguckt. Wackelig runter, wackelig hoch, Schub runter. Das ist genau das Bild, was wir hier beim Flat haben, nämlich wackelig runter, wackelig hoch. Wackelig ist immer dreiwellig oder mit vielen Kursüberschneidungen. Das ist alternativ. Und hinten ein Schub runter. Die Ziele beim DAX wären eben, dass wir hier die untere Marke dann nochmal ansteuern, also die Tiefmarken, die wir hier auf diesem Niveau haben. Und dann wird entschieden, ob der Kurs dann wieder Kraft hat, da rebounced. Ich kann mir das gut vorstellen. Es ist absolut realistisch. Ich habe es hier sogar eingezeichnet. Also sprich, nach diesem Bild, diese Korrektur fertig ist, und der Markt als nächstes nach oben geht. Oder ob der Kurs sagt, ihr könnt mich alle mal, ich mache nur wackelig nach oben. Wackelig nach oben wäre beim Bruch auf der Unterseite dann das Indiz für die Fortsetzung. Also so einfach mehr oder weniger ist das im Groben zumindest mal. Ob man das im Kleinen dann schön erkennen kann, das werden wir dann sehen, wenn der Kurs hinkommt. Also grobe Zielrichtung 14.800. So, die restlichen Märkte, die guckt ihr euch jetzt selber mal an. Eigentlich ist es nicht groß anders als normalerweise. Allerdings natürlich mitunter mit heftigen Bewegungen. Das ist auf der einen Seite ja auch wieder die Freude, denn eine heftige Bewegung lässt sich leichter wieder aufdröseln in eine starke und eine schwache. Also ihr seht, wenn ihr sowas bekommt, ist es eine relativ einfache Kiste. Draufgucken müsst ihr da noch selber natürlich, ob ihr sowas seht. Und dann eben der letzte Bruch für vielleicht nochmal eine Fortsetzung nach unten. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Videobeitrag.